meine damen und herren hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der gemeine rade zusammen mit dem lieben philipp haben am mittagmorgen einen wunderschönen moin moin der sebi ist leider nicht da wir haben den lkw upgradet ja genau wir haben einen neuen ja okay wir haben den alten 3-achse verkauft weil das hat nicht so ganz gut gepasst hat nicht so gesund ausgeschaut und alles und jetzt hat der freundlich ein auto selbst nein nein tue ich nicht es hat gerade ein ultra geruggelt aber jetzt geht es wieder egal vielleicht lag es da da bei mir und hunde ich fahre mit meinen schnungen 60 plötzlich taucht ich habe abgeladen Ah, das kann auch sein. Plötzlich spawnt von mir einfach ein Auto. Mitten vor mir. Ich krieg das Schock des Lebens. Bremse öffnen rund auf 30. Hilfe A, Hilfe I, Junge. Was wollen die denn alle von mir? Oh, die Schichtbrüder. So, warte mal. Äh. Kann ich abwarten? Jetzt hab ich. Ein bisschen rückwärts. Ja, geht. Ähm. Ja, wir haben ein bisschen weitergearbeitet, glaub ich war da was. Ähm, die 6 ist gedroschen. Ja, ein bisschen. Ähm, die 7 muss noch... Egal. Die 5 braucht noch mal, äh, haben wir auch schon gemacht. Das heißt, es ist nur noch die 7. Ich hab Bock. Ähm, das... Feldnummer 40 geht auf euren. Oh ja, schon mal ein guter Teil weg und unsere Kartoffelmission auch im Sinten, ja. Bis gerade am Abtanken, ja. Und ich bin verschlägt. Nun, wie lange braucht ihr zum Entladen? Ah, 25.000 Jörgern nicht schlecht, ne? Ja, gut, das, ja. Ich bin ein bisschen beschlossen, optisch, ne? Ja. Jetzt muss ich warten, bis ich hier rauskomme. Ach, geht's. Ähm... Ich hab vielleicht auch eine Lenkerachse, glaub schon, oder? Doch, müsste eigentlich nicht. Ich glaub schon, sie sich das Teil nicht mehr ganz so leicht steuern. Wir müssen, äh, Flo... Ja. Ja. Der Helfer hat fast das, was er machen kann. Also, das wird's dann bald echt angenehm mit Hand anlegen. Ich sag's ungern, ne? Aber ich mach das nicht. Ähm. Alter. Es ist... Ruckert... Ultra-Kass. Mach gar nix, ne? Ja. Ja. Und jetzt geht's sogar. Keiner hat noch eine Lagerachse, ne? Voll. Ich hab' die Feld noch ein bisschen warten müssen, ne? Ja. Ich fahr' den Glasstrubel weiter. Ich fahr' den Glasstrubel weiter. Ich fahr' gleich beide zu siegen. Ich fahr' gleich beide zu siegen, über die Nummer nämlich dann ist gleich beide durchsteigen. Davon ich steh' den Johnny. Ich tante ja. Ja, wer fühlt jetzt schlau? Wieso, hä, wieso bleibt er stehen nur weil das Rohr übersteht? Ja, Leute, geht gleich weiter, ich mach Warnblinker rein, so. Tschüss. Keiner noch wie viel da drin ist, in dem Kollegen Drescher. Ah, da ist er. 2.60%. Kommt, da hinten kommt ein Bildungsüberschen. Döhm, 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 döhm. Oh Gott. Ich hab' den hochschlapft gegeben. Ja, ich hab' ein Auto vor und mir war, den muss man wegen Winkel machen. Eieieieiei, ich muss auch noch nichts tun zu machen. Keine Ahnung. auch nicht einfach ja ich bin richtig so weiter geht's warte mal ich fahre mietiger auf der Straße wenn wir jetzt auch nicht entgegenkommt wird scheiße ich fahre jetzt auf unserem Feld ist mir egal Muschels verkaufen oder haben wir auf Feld 7 ja wir haben auf Feld 7 auch mal 6? Köln ja auf der 5 und auf der 7 jetzt wird spaßig Leitplanke ja ich hab vielleicht die Leitplanke küssen müssen mein Auto entgegenkommen ist und ich war richtig schön das hat keiner gesehen also ich könnte hier gleich anfangen ich sag's jetzt nicht gerne aber ich werde das hier irgendwo mittig wo es geht einfach jetzt mal reinstechen ja 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 jetzt tut nicht ich mach mal wabblingerin ich stehe ich stehe zwar quer 70 bin unten du 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 straße für die sich schon ein bisschen eng wenn ein auto entgegen kommt gps einstellen herrlich dreschen fällt sieben haben wir so ein dach 35 m ich glaube es nicht so gesund wenn wir 35 m einstellen ich glaub es nicht 12 20 ist auch nicht zu wir hatten das genau 12 wahrscheinlich oder ja irgendwas mit 12 ich hatte nun 12 20 nun den genaubild meine meinungssum ist ein bisschen schief nun mal lieb durch den Namen schulchen dann umbekommen beziehungsweise studern unterkommen einfach knallgas auge zünden durch ich hinterfax gar nicht noch nie braucht vielleicht eine grundüberholung egal egal warte muss noch ein bisschen zurückfahren ab jetzt weiß ich wieder was wir noch mit raum mit drauf nehmen wollten und zwar fängt die stelle minimal also ich bin da runtergekommen also schau ich bin hinter dir bleib mal da wo du bist ne also ich fahr gleich wieder zurück ne ja ich fahr hier wohl du kannst jetzt schon hier fahren wenn du magst ich fahr dir her also ich bleib jetzt hier im glas ne also der zuckerrüm ernte ist voll och mann und ich muss jetzt wenn man einmal glas fand ne warte mal da kann ich den Leuten gleich mal zu zeigen da vorne steht der um die neue Schäßchen die wette Flo will das dann gleich weg tippen dann und also da kommt sogar nicht rum nein ja wer hat das zettel gewonnen 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 fuck ich habe einen Fall escape gemacht und das war zu groß für um die wer von Haus natürlich wieder der Flo wenn die Bank geht das ist eine Unterstellung doch es ist aber so ich habe ihn wollen ich dürfte auch in der auf der Straße von Florent dicht die 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 ganze Straße sind wenn man die Kinder wollen sie der wollen man ist ja das will Strom so wir haben er hat da ja die Wüte noch eine Weile liegen mit der Uhr die wir kommen der Verscheidung durchbohrt stelle ein Schiff Niederlöschen und hohe weil gleich sie muss er werden und erfüllen von Blinker rein geht alles ohne Allrad du ich werde nicht durchpassen Hallo das meine Bahn ich will nie gerade um den, wenn man dachte, der fährt genau da wo ich fahre ich mach mal ein Leben da schau her so geht das Knall aber auch zu und du ich will die Zeit gleich nochmal abnehmen schön leer bin zu durchstechen Jungbremst du mal geht auch nicht umgedreht Tja Johnny der muss das abkönnen der muss das abkönnen Klaas kann das nicht doch ne ok ich hab Bandlauf vergriffen ich steche jetzt hier einmal mitten umgedruck mach das ich steche die nahe alle gleichen Kurs haben ich mach mal schnell werden wir er speichert den mal kurz ne automatische Breite ist das gerade ich hab das doch erst recht gemacht ne der ist bei mir dann wieder weg ok ja der speichert den warte muss ich bin da dabei ich hab ich stehe da hat 2,8 mit 22 1 12 Meter passt der hat 12 Meter denn passt das passt Hallo! Sorry! Ähm, warte mal. Hier ist nicht Feld 40. Das ist Feld 7. Feld 7. End. Dreschen. End. End. Tschüss. Hast du zum Beispiel mit drin guckt? Nein. Echt? Warte, ich warte auf dich, dann können wir irgendwo einander fahren. Ähm. Aber er müsste da sein. Die Dreschen? Ja. Ey Junge, der hat bloß 12 Meter. Wieso habe ich jetzt 14 Meter? Das ist doch 7. Ja. Ich weiß nicht. Ich hab doch nur 9 Meter. Och Junge. Ich weiß nicht, was du da verbringst. Ich weiß nicht, was du da verbringst. Glick, 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 glick. Na so, oh ja. Das ist so unangenehm mit diesem Klicken hier. Könnte man da einfach eine Zahl eingeben machen. Oder nee. Jetzt muss er wieder umständlich sein, ne? Geh mal in, dann muss es laufen. Ich steche genau da durch, wo du nicht durchstechst. Nämlich auf der anderen Seite. Weil dann kommen wir uns nicht so entgegen. Hm. Wuchsen muss das sein, um zu überleben. Grundspiel? Ich bin doch schon unterwegs, ey. Bin schon da. Ich komm schon. Hallo. Hallo. Wir haben noch so ein paar Spuren weiter drüben. So. Jetzt sind wir ganz genau parallel. Ich brauche bloß nach rechts gucken, da sehe ich dich. Och mann. Also. Merkert einer. Toll. Hat der Kollege. Ja, das geht auch ein bisschen schleppen voran, ne? Oha. Wie das der oberen... Also im großen Teil kann er Helfer noch selber machen. Also bei der Kartoffel. Das kann er noch selber machen, mir oder weniger. Das auch und das auch und das... Ja. Mühen wir dann wohl selber machen. Aber ja. Das geht schon klar. Ich weiß nicht. Aber doch, ich müsste eigentlich einmal komplett durchkommen. Ohne Entleeren, hoffe ich mal. Bewegen habe ich ja alles gelehrt, ne? Ja, ja, hab's verpasst. Lumi, ich kann eigentlich gleich weitergehen, ne? Ja. 384 Prozent hat der Wort tränen. Jetzt schafft er glaube ich sogar noch, meinst du die Strecke schafft er selber noch? Also das ganz drüben rechts schafft er auf jeden Fall selber noch, weil ja es ist ein großer Teil noch da. Also das ist auf der anderen Seite halt schon die Insel, also ich würde mal sagen, das ist von der anderen Seite auf der Insel schafft er safe noch das einzig was er stehen lassen würde ist halt der Rand außen rum, wenn sie jetzt fragt was das gerade ist, das ist ich habe einen shader drauf, der aber irgendwie hier nicht so richtig funktionieren will und deswegen packt das irgendwie bisschen rum. Bei mir alter wenn jetzt bei, ey du musst schießen shader mal bei der Hade rausschmeißen. Kann ich nicht, der ist im LS installiert, den kann ich nicht einfach rausschmeißen und einfügen. Einmal mit Profis, ne nur 5 Minuten. Ja, was liegt daran, weil du da spielhust du bist und nicht nur aus Dingensgrascht oder als Mitspieler drauf bin und deswegen funktioniert er nicht. Ach so sprich, ich muss er denn auch installieren? Ne, es ist nicht so schlimm, ich habe irgendeinen Schader drauf, ich kann auf jeden Fall einen an- und ausschalten. Sie ist nicht so schlimm, das ist ein guter Typ. Ähm. Ach so vivier. Aber ich habe mich vielleicht jetzt nicht mehr besprochen, habe ich etwas "-ba." Aber ich habe das hier Gefängnis in den Fall. Aber ich habe das nicht mal nicht geschrieben. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Also für die Junge... Oh ich bin verkauft. So. Ich bin schon wieder beim Zuckerrübel-Hade, ne? Ich bin schon wieder beim Zuckerrübel-Hade, ne? Wahrscheinlich, ne? Zustände voll. Ja, wohl. Ja, wohne, ne. Warte mal. Der hat jetzt, 100 Prozent. Stimmt, ich sehe den halt, wenn man es weiß angezeigt, ich glaube. Alter, das geht zu kurz nicht so viel runter. Alter, wir brauchen dann wirklich einen, der einfach nur die ganze Zeit zwischen... ...aff, äh, zwischen... Wo ist das EWB-Mit braucht? Ja, genau. Dann müssen wir die ganze Zeit nur zwischen Karoffelernte und Zuckerüben während der hin- und herspringen. Wer ist ein Lieblingsjob, LKW-Fahren, 24-7. Ja. Oh, wieviel Prozent haben wir eigentlich schon von der Katastrophe, diese 64-er? Und mich verarschen. Alter. Oh, ich hab'n Johnny gefunden, ne? Ich fahr jetzt mal weiter. Ich glaube, ich hab' das Ende erreicht. Egal. Ich mach' doch mal ein bisschen vorgewinnen, ne? Ey, Flo... Hm. Ich weiß, du wirst mich umbringen, aber lass mal die Insel, deine Mitte von 47 rausklöppen. Ja, hält dich nichts dagegen. Sind eh nur ein paar Birken. Seit halbem Quadratz, glaub ich, wird das. Ja, unmöglich. Und wir müssen nicht mit GPS drauf achten, weil plötzlich an einem Baum hängenbleiben. Eindeutig. Ey. Nee, nee, nee. Wieso lägen das halt einfach manchmal einfach so? Ich weiß noch nicht. Einfach so? Wahrscheinlich wirklich steh' ich da. Nee, das kann ich an mir liegen. das war davon auch nicht das war aber beim letzten mal spielen auch nicht und da hat sie auch schon drauf und wenn du müsst es bei mir legen und nicht bei dir also ich glaube das liegt einfach in der verbindung vom server die zuckerrücken hängt ja schon wieder 80 prozent hat die habe der folge beendet ich glaube es war ihr nicht das ist doch noch was ach der hat nicht mehr umdrehen können und hat einfach keinen bock mehr gehabt ich würde mal sagen dann fahr schon gleich wir fahren gleich selber ein bisschen ja oder fahren dann gleich zum anderen teil Richtung Norden ja nein ich würde dieses kleine Eckchen noch fertig machen und diese Strecke auch mal jetzt musste so ganz hoch damit die vorbeikommen bleibe ich hängen ich hab 290 Prozent drinnen kann ich dann noch mal jetzt ein Stückchen vorgewinne drüben Wochen also sie mussten ich habe schon ihr mit Schmuck und für die 60 und der 560 er hat schon die auch also nur ein bisschen zu tun drüben wir sind noch weiter im argument und so sieht es wieder aus glück hat es mich gehört ich bin zu froh wenn die kartoffel nicht mehr weg ist ich wette die auf bestimmten haufen fps ein bisschen war auf jeden fall weil es in zwei ein fahrzeug mehr 23 fahrzeuge mehr ein bisschen soll ich bis dahin passen oder muss ich bremsen ich muss vorbeigeschaffen ein als ob er das nicht an haben ich glaube ich hole mir dann noch entweder wir brauchen dann schon die noch mal als zweiter abfahrer oder ich hole mir den hänger du könntest ehrlich gesagt sogar den lkw dann haben und dann passt die sollen habe ich 60.000 l ein das ging sogar ich bin hochgeschossen und ich habe mich ein bisschen gebremst es kam kein Auto ich bin gegen keinen Baum geknallt konnte eigentlich schon wieder auf die Straße fahren war doch nicht super ich hätte natürlich auch vorne rumfahren können hätte 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 fahrradkette ja aber das ist unsere Wiese hier die scheint auch wieder reif zu sein hu 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 alles gut ich stehe noch ich lebe noch alles gut etwa nix lo ja ja kann man vielleicht an den fahrt ähm varitron ja den hänger hängen ja eine stange in den anhängst ähm ich weiß es nicht ich habe es nicht ausgebildet aber ich glaube der hat keine Ahnung in Kupplung einen Abschlepphaken vielleicht dafür übrigens auch der Tatra von der Vision keine Ahnung wo der hier steht ähm ja äh weil da ist ja ein Graben ein Graben bei Feld 4 ne oh seit wann ist denn der da ach der ich wollte da mal ganz gründig also alles gut das ist alles professorisch ich wollte da mal ganz gründig und den Krautschläger reparieren waschen das schaut ja wirklich sau abgenutzt aus ne ja ja da hat knapp 55 Stunden drauf oder nicht hab ich doch mal was gelesen beziehungsweise wir sehen es 56 Stunden ja gut ja gut wo ist mein großer ähm wo ist mein großer kann ich sagen mein großer Johnny aber ich hab den ja nicht komm ich da hin doch gut eh entladen wir den Arniger nochmal aber wir dürfen uns das Zuschauen auch schon wieder blanken liebe Leute denn wir sind für heute auch schon wieder fertig mit der Folge ja ähm warte mal jetzt kommt dein wunderbarer Text kein Däumchen mehr Träumchen im Korb steht euch auch keinen Cent den roten Knopf weiß es noch nicht getan grau färben Glocke aktivieren damit ihr nicht mehr verpasst und das war's von mir ja ich bin jetzt dabei den rum runter zu holen ich ja ich darf das machen er muss hier wartet mal kurz gucken wie der Anhänger der ist ah wie gesagt wenn's euch gefallen hat wie er schon gesagt hat und ähm ansonsten sehen wir uns dann am Samstag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Rade ähm und ansonsten wünsche ich euch allen noch eine wunderschön echt schlimme Mittwoch und bis dahin machen macht es gut haut rein und ciao ciao